Willkommen Leute bei Pokémon Unite. Hallöchen, Willkommen zu einer neuen Runde. Oh, die starten wir jetzt auch gleich. So sieht das Ganze aus. Libelow, Duraludon, Tromborg, Machomai, Pikachu gegen Libelow, Dragoran, Dralaxo, Fiaro und Duraludon. Ich habe vergessen das Item zu wechseln, da ist mir gerade aufgefallen bei Pikachu. Ich wollte eigentlich diesen Fluchtknopf nehmen. Ja, zu spät. So, wir spielen Pikachu jetzt auf der unteren Lane. Ich habe jetzt erfahren, durch Daniel, den spielt man wohl eher unten. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei. Naja, so einen kleinen Plan. Dass er mir das so alles ein bisschen näher bringt, wie was und wieso, weshalb, warum. Falls sich jemand wundert. Ich habe vor in der nächsten Zeit dann auch mal, wie gesagt, andere Lanes zu spielen. Andere Pokémon, inwieweit ich jetzt wirklich viele Pokémon ausprobiere, weiß ich nicht. Bis jetzt ist erstmal so der Plan, dass ich für jede Lane ein Pokémon erstmal habe. So. Dass ich jede Lane spielen kann, dass Pokémon erstmal auch spielen kann. Ähm, ja. Das ist wie gesagt erstmal so der Plan. Wie heißen diese Viecher jetzt hier eigentlich? Das hat mir noch keiner gesagt von euch. Ähm. Okay, da kommt Relaxo. 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 Ähm. Ja, so erstmal der Plan. Ich hoffe, ich habe das jetzt vergessen. Okay, wir gehen erstmal zurück. Wir müssen nichts überstürzen. So. Ja, zum Beispiel weiß ich auch, dass man Fiaro im Jungle spielt. Wäre eigentlich mal ganz interessant, auch mal den Jungle zu spielen. Auch für mich halt. Äh. Habe ich noch nie gemacht. Oha. Mit Duraludon kommt der hier auf der Lane. Yo. Ey. Der ist so over. Okay. Nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Okay. Die anderen haben schon die Ersten wie dem Elektro Ball. Ein paar Punkte sammeln wenigstens nebenbei. Der Relaxo kommt gerade von unten. Wo ist er? Hat sich irgendwo versteckt? Ist doch safe da irgendwo im Gebüsch, alter. Wenn ich mir die Lane jetzt nicht verlieren will. Also die. So. Wo sind die? Die verarschen uns doch. Hä? Da kommt er. Okay. Gehen wir zurück. Hier oben kommen die glaube ich gut zurecht würde ich sagen. Obwohl wir haben schon einen Punkt verloren oben. Ähm. Das ist natürlich nicht so gut. So. Na ja. Da wollte er ja. Was macht Makomai jetzt? Er geht jetzt mit in den Jungle oder was? Digga. Was macht Makomai jetzt? Er geht jetzt mit in den Jungle oder was? Wo ist der Typ? Was ist das? Hä? Ich hab's befürchtet. Schnell zurück. Ja. Du passt auf. Guck mal was. Donnerblitz. 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 So. Ey Bro. Was ist denn? Ja Leute. Also. Ich mein jetzt. Läuft da irgendwo oft in der Weltgeschichte rum. Alter. Was stimmt mit ihm nicht? Junge. 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 Unglaublich. Oh. Duraludon tankt da hinten aber auch ab. Alter. Wir kriegen keine scheiß Punkte rein. Okay. Wir müssen auf die obere lane hoffen. Und. Oh. Oh. Shit. Ja. Er macht halt den Übermove. Die Runde sieht nicht gut aus. Tatsächlich. Ich hätte auch nur eine Beere nehmen können. Wäre genauso effektiv gewesen. Okay. 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 Ist ein Kopf an Kopf rein. Ja. Wir kriegen jetzt zum Beispiel auch null Punkte rein. So. Ich würde jetzt gerne mal. Jetzt kannst du schon wieder knicken. Okay. Trombog kommt jetzt. Hilfe. Okay. Aber jetzt ist es doch oben. Also Leute. Oben ist niemand. Die sind beide tot. Und Trombog ist hier unten. So. Kamal. Vielleicht gehen wir ihn wenigstens. So. Jetzt muss ich ein bisschen zurückziehen. Schicken Trank einwerfen. Okay. Oben sind wieder da. Vielleicht würde ich jetzt mal eben schnell die Gunst der Stunde nutzen. die Punkte reinmachen. Zack. Ja. Schade. Hat sich aber gelohnt. Hat sich gelohnt. Alles gut. Macho Mai ist da. Der kann das weg tanken. Davon gehe ich aus. Trombog chillt hier in der Base ab. Leute. Verarscht. Was macht. Macho Mai jetzt. Warum. Ja. Okay. Oh. Für den sonst. Nehmen wir mit. Okay. Was ist denn. Wo will Macho Mai. Ich weiß nicht was der macht. Leute. Ich weiß es nicht. Der geht mal in den Jungle. Mal ist der bei mir. I don't know. Warum bin ich erst Level 9. Und er ist schon 12. Macho Mai kommt jetzt gerade. Ich könnte dann jetzt. Oha. Oha. Jo. Alter. Ich bin zu niedrig im Level. Das geht nicht. Eben. Ich will die United-Attacke doch einsetzen. Mann. Okay. Da kommt schon Mibelo an. Drago ran. Raus. 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 Sauber. Ich lebe noch. Ja. Ja. Nimm hin. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Trank eben rein. Achso. Ich geh noch zur Basis. War auch wieder ein Tipp. Man kann sich öfter schnell. Oder man kann sich schneller mal zur Basis porten. als jetzt hier in der Zone rum zu gammeln. So. Wir müssen jetzt aber eigentlich in die Mitte. Ähm. Ja. Endspot. Dann sollten wir das auch tun. Achtung. Wir liegen im Rückstand. Scheiße. Ich bin jetzt hier den scheiß Umweg gelaufen. Das war mies. Okay. Machen wir jetzt da. Siehste. Der hat das nämlich ganz gut genutzt. Oh. Alter. Weißt du. Duraludon macht einfach. Ja. Damit war es das. Damit ist diese Runde entschieden. Ja. Fantastisch. 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 Wie dreist. Alter. Dass der hier. Dass ich die Punkte reinmache. Was für ein dreckiger. Tja. Schade. 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 der Knot. Ich hab's gedacht. Naja. So schlecht sah es gar nicht aus. Ja. Drago hat auch gut. Ja. Wir liegen weit im Rückstand. Ich bin jetzt nicht tot. Ja. Schade. Leuch. Mann. Wir treten echt auf der Stelle. Ist das nervig. Wir kommen nicht voran. Fantastisch. Oh. Schade. 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 Lass mich doch mal in Ruhe spielen Ah, schade Diese Ewigkeiten warten, hätte ich ja skippen können Sorry Ja, ich würde sagen Wir bleiben hier, wir warten Interessant wäre eigentlich mal zu sehen Ähm Wie Ja, ich würde Zwischendurch mal sehen, wie die Punkte denn sind Wie das aussieht So 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ja Da haben wir ein bisschen Pech gehabt Vielleicht nehmen wir für die nächste Runde mal Fiaro Und gehen mal ein bisschen in den Dschungel Ich glaube, das werden wir auch tun Ja, ganz deutlich verloren Meine Güte, Fiaro, wie viele Punkte Gut Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Haut rein